So, und da sind wir auch schon wieder. Und wir spielen direkt weiter. So, die letzten drei Aufnahmen sind vielleicht an meinen Klamotten zu schließen. Am selben Tag. La, la, la. Er fasst sich wieder an die Eier. Jetzt gehen wir doch mal hoch. Vielleicht ist hier oben ja was. So ein Goodie oder so. Weil ich füge ja direkt. Ne? Hier. Ne, Rohr. Das soll alles gewesen sein. Hier wäre ein Goodie clever, weil man nicht auf die Idee kommt, sofort zurückzurennen, sondern weitergeht. Aber nein, hier ist nur eine gottverdammte Rohrleitung und eine... Spieleentwickler, ey. Warum funktioniert... Warum denkt ihr nicht so wie ich? Wie ein normaler Spieler. Na gut, ich denke nicht wie ein normaler Mensch, aber wie ein Spieler. Wie ein Endprodukt, ja. Ne, wie... Wie ein Konsument. Warum? Was soll das? Vacation Pacifica. Call today. Wish you were here. No. Lampenfieber. Oh Gott, schlechter Spruch. Ähm. Ähm. Sullivan, Evan? Klingt gut. Düm, 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 düm. Hinter der Fassade ist doch bestimmt jemand oder so. Ach, schön. Ein Raum ohne Sinn. Einfach mal so. Entwickler! Ihr habt's echt drauf. Halleluja. Na, immerhin darf ich sowas spielen und muss nicht, äh, verliebt in Berlin oder sowas spielen. Let's play, ne? Großartig let's play von einem ganz tollen, großen LPR, der eine Challenge verloren hat. Äh, Kommentar los. Ähm. Weil die Fragen PN erinnern mich. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, auch wenn er's verdient hat. Aber nicht nur, 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 notwendigerweise auch. So. La, 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 la. Ja, ja, ja. Ach, scheißegal. Die Rede ist von Herrn Dake. Hendrik, Mexican Dake, Großzuppe. Ich hab alle Vögel gefunden. Ich bin Gott. Willi wichtig! Schneiden Sie einmal, bevor er fliegen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, la, 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 la. Lauf, la, la, la. Spring doch, du! Okay, hoffentlich ist der Kel nur alleine, oder? Da kommt noch seine Gang oder so dazu. Komm, mach die Tür auf. Warum habe ich jetzt dieses verkackte Rohr? Wo ist meine Axt? Lasst mich rein! Hallo? Ich bin kein U-Bahn-Diver. U-Bahn-Server. Nein! Lass mich rein! Hallo? Hallo? Eine Bahnfahrt, die ist lustig. Eine Bahnfahrt, die ist schön. Und es ist Zeit für mich zu gehen. Okay, nein. Das ist auch geil. Er steht hier an der Kante, um sich festzuhalten und macht einen Tritt. Also wenn ich ein Irrer wäre, was ich bin, würde ich nicht auf die Idee kommen, in die U-Bahn zu gehen. Ach, hi! La, 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 la. Ein Zugquartier ist lustig, eine Zugquartier ist schön. La, 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 la. Was gibt es da noch zu erzählen? Lass mich in Ruhe! Kannst du dich mal ver-pissen? Pfff! Oh mein Gott! Ich habe einen separaten kleinen Wagen! Ah, la, 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 la. Oh, will die wichtig? Lass mich in Ruhe! Ähm, ich kann gerade nichts mehr machen. Ja, mhm. Er macht das close natürlich mit... Natürlich kriege ich ihn nicht! warum auch warum 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 nein wir kriegen die natürlich nicht spielen wir weiter dieses spiel macht ganz große freude rennen wir mal in die andere richtung unter stromstehende fünschen lebensgefährlich ja clever gelöst nur in eine richtung nehmen zu dürfen lineares spiel warum sind wir eigentlich ja warum habe ich eigentlich keine waffe was soll der scheiß die kommen doch bestimmt gegner was war es jetzt oder wie ja ohne waffe oder was würde ich verarschen ok ich stehe unter wasser das heißt ich kann da auch nicht lang vielleicht ist hier noch was hallo lass mich doch in ruhe ja mülltonnen kann man auch nicht umtreten nein wir haben wieder willi leichtfuß in meiner nagel breite das schon mal anfang der extrem breite gänge die mich ich höre dich da hat jemand geschlafen ist da noch jemand drunter wartet mal ok das ist leer oh mein was was sind das denn für freaks oh mein gott jetzt sind es nicht mehr verrückt jetzt sind es zombies ganz eindeutig was war das denn für ein move ich hab grad tierische angst weil das sind keine menschen die man berechnen kann sondern die klettern irgendwo lang der doom effekt setzt ein das ist bestimmt noch ein ganz tolles goodie oder sowas kann ich durchschießen wenn ich ihn sehe komm willi komm willi pick die auf entschuldigung dass ich so ruhig bin aber das spiel ist scary gerade dass ich geräusche höre aber keine gegner sehe ist auch noch scary ich hab das gefühl der klettert hier gleich an den rohren entlang direkt ganz schnell auf mich zu oder sowas ich singe einfach um mein gott müllmann müllmann steh auf und hier alles habe ich ihm gerade den ich habe ihm den arm abgeschossen aua wie viele kugeln habe ich eigentlich auf viel stück das geht noch mal mit oh wieder so ein willi der kommt doch da durch oder 100 pro da durch ich hasse diese viecher die sind scary bestimmt ist es getriggert dass wenn ich die leitung steige ist die Tür kann ich natürlich nicht aufmachen weil da wird es ja nur an die Oberfläche gehen da wo ich mich sicher fühle sicher eher nein nein geht bestimmt hinter mir auf und dann kommen tausende von diesen Viechern la 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 nach unten springen ich will nicht wir müssen sich das dann angucken so da werde ich lang müssen dann werde ich hier so rum müssen und dann werden da ganz viele eklige Viecher kommen egal komm einmal ist kein mal dumme Idee dumme Idee ganz dumme Idee ich seh dich doch man die können nicht wie ich linear gehen die können immer rüber klettern das ist von Unfällen mein Charakter kann nämlich nicht klettern aus politischen Gründen lehnt er das ab so so WTF oh mein Gott oh mein Gott ich hab echt Angst vor den Viechern ich hab nur noch eine Kugel oder Schatz eine Patrone ist der da drin gefangen ist der da drin gefangen ich glaub nicht ich glaub nicht ähm wo muss ich lang viel zu viele Gänge ja ja Schaufel mit einer Schaufel kann man das natürlich abmachen aber mit anderen Sachen nein nein eine Schrotflinte kann das nicht aufschießen nein nein ich will da hin guck mal da ist Fernsehen da ist Essen da ist Schrotflinte da ist gut leben ich will eine Schaufel gebt mir eine Schaufel dann noch mal oh mein Gott ab jetzt ist Nahkampf angesagt warum das ist dumm warum so viele von den Kriechern und die macht auch nicht zu viel Schaden ne 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 ja schleich dich nicht nochmal bei mir so an ja haben wir uns verstanden gut ey wie viele denn was wollt ihr denn von mir Mann ich versteh das Spiel grad nicht was es von mir will deswegen speichere ich hier Netz 4U Bahntunnel ja toll und ich werde angerufen von keine Nummer na dann gehe ich jetzt nicht ran ich nur rede das einfach Leute tut mir leid ich kann auch keinen Schnitt machen wegen Webcam und so ich bin einfach weiter ами haben das noch vor an Lala N Das ist meine Mama. Lalalalalala. Wie klärt man sowas am besten wegen Webcam-Action? Ich kann keinen Schnitt machen, denn das geht nun mal grad nicht. Ich weiß es auch nicht, es geht nicht. Die rufe ich gleich zurück, keine Sorge. Und der läuft mir hinterher, ich habe es in der Spiegelung gesehen. Gehen wir einfach hier lang. Eine Schaufel, eine Schaufel, eine Schaufel, die ist schön. Eine Schaufel, eine Schaufel, es ist Zeit für mich zu gehen. Jetzt bin ich im Sing-Sang. Lalalalala. Lalalalala. Hey, hey, hey. Funk Royale. Nanananana. Nanananana. Hat der nicht nach, ne? Nein, der hat keine Waffe. Ach, hey. Normale Menschen hier zu sehen. Äh, normale Menschen. Nur geistig verwirrte Menschen zu sehen, ist auch mal etwas Schönes. Solange der Hatter ist, traue ich mich das irgendwie nicht. Na egal, komm. Komm, geh auf. So. Jetzt kann er nur von da kommen, der Olle Willi. Einen nehme ich, einen lasse ich da. La, 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 la. Das Spiel ist gar nicht so schlimm. Da, 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 da. Ich weiß nicht, wo Willi ist. Jetzt kommt er bestimmt. Jetzt kommt er. Ich weiß es genau. Es war so klar. Oh, willst du noch ein paar Namen mehr haben oder was? Bleib da liegen. Bleib da einfach. Bleib liegen. Mann. Oh, hier ist der ausgegangen. Gut, ich hole mir aber noch das Medikit. Weil ich es mir wert bin. Oh mein Gott. Ich hasse diese Gegner. Die darf man nicht an sich ranlassen. Ich tue mir leid wegen dem Gespräch. Wegen dem Gespräch, ja. Wegen dem Anruf. Aber kann man ja nicht damit rechnen, dass man Anruf mit einer Aufnahme ist. Ich meine, wie soll ich das denn hier unterbrechen? Wenn ich aufs Schnitt mache, habt ihr ein off-synckes Video. Das ist noch schlimmer. Wenn ich die Mundbewegung mache und der Ton dann ganz verschoben kommt. Und überhaupt. Das ist dumm. Ich werde das einfach in dem Moment den Sound muten, glaube ich. Ich werde es vermutlich gemutet haben, weil meine Mutter will ich nicht im Video haben. Da nichts verloren. Das ist ja auch der Schutz ihrer Privatsphäre. Gehen wir mal da unter. Komm. Ja, wofür gibt es Leiter? Zum Ignorieren! Hallo. Hallo. Ihr habt das Gefühl, ich gehe zurück. Oh Mann, ich bin auch zurückgegangen. Dumm. Was hat mir das jetzt gebracht? Nichts. Und da steht ein Mann in meinem Garten. Ich habe mich gerade voll verjagt. Der steht da so und guckt mich an. Okay, gehen wir hier dann. Hier oben ist bestimmt ganz toll. Gegner und so. Die sind mit einem Tritt tot. Das ist gut. Wo muss ich denn überhaupt langen? Ich muss auf diese Rohre, denke ich. Und da kann ich natürlich nicht drüber. Warum auch immer. Ah, nach unten springen. Ah, schön. Schön, ich komme weiter. Ich denke immer, ah, ist die Leertaste springen. Das ist noch voll drin irgendwie. Zum Ausgleich mache ich, äh, nee. Roniertes Beton? What the fuck? Nee, ich bleibe erschaufelt. Oder? Na komm, wir wollen die mal ausprobieren. Oh. Na, 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 na. So. Gehen wir doch mal weiter. Na, 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 na. Das ist zu dunkel. Ich habe doch eine Taschenlampe. Warum? Boah. Da, 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 da. Da, 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 U-Bahn, Wagen nach Hinweisen, Absurdung. Ey, gebt doch die Verfolgung auf, Horst. Ja, komm, fotografier den Scheiß. Du willst doch nur die SD-Karte vollkriegen, gib es doch zu. Warum ist die Tür jetzt zugegangen? Einen Moment. Ich kann den Abril nicht nehmen und zuverschmiert, aber nehmen Sie eine Probe. Er hat Angst und schwitzt wie ein Stier. Ja, hm. Ja, was der alles dabei hat, ne? Ohne aber über den Geländer klettern zu können, ne? So ein Beamtenhengst, echt. Wir gehen mit der DNS-Ansüge des Abstrichens. Das wird eine Weile dauern. Können Sie sich so lange allein beschäftigen? Er ist hier 100 pro. Er ist 100 pro hier noch irgendwo. Haut mir eine drüber, sagt, Nö, ich fick dich und dann geht er wieder weg. Ist voll die Verschwörung hier, die im Gang ist. Was geht hier eigentlich mit den Leuten ab? Ich hab's nie ganz verstanden. Was ist denn er für einer? Eine Gasmaske auf. Vielleicht ist das ein normaler Mensch, der einfach nur mich hasst. Und der den armen Frauen alle ins Gesicht gibt. Wow. Der Feuerwehrmann rockt, aber... Hi. Hi, Kara. Nein, ähm... Blöde. Ramen zuschlagen. Hä, was sollten die Tasten denn hier... Stirb endlich! Verdammt. Unnötig. Wo ist der Bauarbeiter hin? Er hat sie alle getötet und jetzt kommt er mich holen. Was wetten? Ja. Das war uncool irgendwie. Ich hab das Gefühl, ich werde sehr bald sterben. Doch. Es kommt getriggertes Event. Jetzt kommen wieder tausend Gegner. Warum U-Bahn-Station? Warum nicht grüne Wiesen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab Angst vor ihm. Ich hab richtig Angst vor ihm. Was machst du denn hier, altes Haus? Kannst du nicht mal sterben? Wachschlackhammer. Ja. Doch. Malalala. Malalala. Ich renne wieder mal ohne HP durch die Gegend. Ich bin einfach weil ich's kann. Können wir hier runter? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Doch, können wir. Hier ist bestimmt noch ein Goodie, ganz bestimmt. Ich bin gierig nach Goodies. Denn nur Moody's Goodies sind gute Goodies, oder so. Kann hier nicht eine Kettensäge liegen, oder so? Eine Kettensäge wäre cool. Geht das hier tatsächlich weiter? Geht es noch zurück? Ach, von hier kommt. Entschuldigung, Leute. Ignoriert mich. Man sollte nicht so benutzen. Singen in einem LP. Und das Brett hat Spaß. Komm, geh auf. Gib mir mir die Pack, bitte. Speichern wir nochmal hin. Ich werde eh wieder in zwei Minuten speichern, wie sie das kommen. Komm, ihr geht doch bestimmt auf. Komm, hier ist doch bestimmt irgendwie so verstecktes, special, lecker Medikit. Okay, das gucken wir uns an. Das ist ein Fahrplan, aber einige sind Schaden drauf. Ich werde das Bild vergrößern. Das ist ein Rattenloch, das muss es sein. Ich fand seine Overalls neben seinem Spind. Bastard reist mit euch gepasst. Was? Schauen Sie sich weiter. Oh, man hat bestimmt mehr als ein Spind. Ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn Sie das Bild organisiert haben. Da-dam-dam-dam. Treten Sie den Wandvertiler kaputt und klenden Sie ihn durch. Noch nicht. Erstmal würde ich hier unten gucken. Hallo. Okay, hier ist nichts. BAM! Oh, Willi ey, dich kriege ich noch. Aber vorher gibt es irgendwie hart auf die Kante. Was wird mir? Die Tür geht mir in Axt auf. Die Tür geht auch so auf. Würde ich sagen, die wäre erstmal hier. Das ist so ein großes Terrain, in dem wir da irgendwie... Oh. Würde ich sagen, das hier ist mein sicherer Raum. Und hier wäre endlich auch die Aufnahme. Für heute reicht mir das definitiv. Dann würde ich sagen, bis dahin. Linio, auf und out.